Muschipurvottanasana Die schiefe Ebene auf Fäusten. Ausgangsposition der Langsitz. Typischerweise warst du vorhin Paschimottanasana in der Vorwärtsbeuge. Dann setzt du dich auf bis zu einem Langsitz. Und von hier gibst du dann die Fäuste auf den Boden und hebst das Becken hoch. Du kannst aber auch den Kopf nach hinten hängen lassen, sofern das für deinen Nacken angenehm ist. Diese Stellung ist insbesondere anzuraten, wenn du Probleme mit den Handgelenken hast. Muschipurvottanasana ist die schiefe Ebene. Purava heißt vorne, Vorderseite. Uttana ist die intensive Dehnung. Und sucht Puravottanasana, die Dehnung der Vorderseite des Körpers. Muschipurvottanasana hilft, die Gesäßmuskeln zu stärken, Oberschenkelmuskeln zu stärken, Bauch zu dehnen und auch die Armmuskulatur zu stärken. Nach Muschipurvottanasana kannst du entweder in der Rückenlage Shavasana entspannen oder in Advasana, der Bauchentspannungslage, weil danach die Rückbeugen kommen, zum Beispiel Bhujangasana. Muschipurvottanasana